Hallihallo! Wie ihr seht, Mira ist schon bereit für Jubilates. Sie gibt heute den Kurs und sie würde jetzt einfach nur sich hinlegen und Shavasana machen, den liegenden Hund quasi. Ja, das kann sie ganz toll, wie du siehst. Wunderbar, Mira, du machst das prima. Du machst das ganz prima. Sag einmal Hallo zu deinem Publikum. Naja, gut, das muss sie noch ein bisschen üben. Sie wird sicherlich nachher ein bisschen mittouren, schätze ich mal. Genau, heute gibt es eine neue Jogilates-Stunde wieder mit einer schönen, schönen Playlist. Wenn du möchtest, ich habe sie dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wichtig ist wieder, dass du das mit den Einstellungen alles richtig machst. Es gibt ja auch ein Erklärvideo dafür. Wenn du sonst noch Fragen hast, wie du die Einstellungen richtig machst, kannst du mir auch eine E-Mail immer schicken an info at nhp-jenni-schwarz.de oder unten in die Kommentare schreiben. Gerne deine Frage. Genau. Und wenn du alles richtig gemacht hast, steht es halt auf durchgängig, nicht auf Mix und wir haben als erstes Lied tatsächlich das Lied Lament. Wir fangen gleich im Stehen an. Ich hocke mich hier nur noch mal hin wegen Mira. So, okay, also du bist vorbereitet, du hast deine Playlist vorbereitet, dann zähle ich uns gleich ein. Ich zähle ein, zwei, drei und auf drei drücken wir gemeinsam auf Play. Okay? Es geht los. Eins, zwei, drei. Gut. Dauert ein bisschen, bis das richtig losgeht. Okay. Und dann fangen wir einmal im Stehen an. Okay. Ich sehe, es ist noch ein bisschen, ein bisschen schief hier von der Einstellung. So ist es, glaube ich, besser. Sehr schön. Genau. Wir fangen heute im Stehen an. Die Füße hüftweit auseinander und spreiz schon mal deine Zehen richtig, richtig weit. Genau. Stell dich auf. Zieh schon mal den Bauchnabel ein bisschen nach innen oben. Beckenboden ist aktiv. Und dann komm einmal hoch auf die Zehenspitzen und wieder langsam runter. Noch einmal langsam hoch. Knack, knack, knack. Und langsam wieder runter. Sehr schön. Kannst du so langsam weitermachen oder hoch, hoch und ab, ab. Wir wecken erst mal ein bisschen unsere Füße auf, unseren Beckenboden. Ich liebe es, mit der Balance zu arbeiten. Atme weiter. Komm richtig schön hoch auf die Zehenspitzen und wieder tief. Wenn du zwischendurch einmal zu deinen Füßen hinunterschaust, achte drauf, dass die Zehen gespreizt bleiben. Bleib einmal oben auf den Zehenspitzen. Bauchnabel ist innen. Und das Gewicht verlagerst du zwischen die zweite und dritte Zehe. Bleibe hier. Halte das. Sehr schön. Und langsam wieder lösen. Atme einmal tief ein. Tief ein. Und wieder aus. Tief ein. Und wieder aus. Einmal noch. Komm nochmal auf die Zehen. Und tief. Nochmal hoch. Und tief. Zweimal noch. Wir fangen immer sehr seicht an und steigern uns nachher. Keine Angst. Sehr gut. Stell dich auf dein linkes Bein. Den Fuß ungefähr auf Kniehöhe. Bauchnabel rein. Hände, wenn du magst, vor die Brust. Und wenn du sehr, sehr sicher stehst, atme noch einmal mit mir mit hier. Mit den Händen tief ein. Hoch. Und aus. Atempause. Hände vor die Brust. Und noch einmal tief ein. Und aus. Mach das in deinem Atemrhythmus. Wenn du kannst, atme in Ujjayi. Also beim Ausatmen. Dieses Geräusch in der Kehle erzeugen. Achtung. Atme einmal ein. Arme hoch. Und bleib hier. Und beim Ausatmen senkst du die Schultern noch mehr. Und du kannst einmal die Hände hier hinter den Kopf bringen. Das ist etwas, was ich nicht besonders gut vormachen kann. Was ich für mich noch üben werde mehr. Versuch deine Hände hinter dem Kopf aneinander zu lassen. Lass den Kopf schön gerade. Atme. Atme noch einmal ein. Die Arme wieder hoch. Hoch. Und tief. Nochmal ein. Hoch. Aus. Die Hände hinter den Kopf. Ein. Hoch. Aus. Hände vor die Brust. Wenn das im Einbeinstand noch zu viel ist, lass entweder die Arme raus und über den Einbeinstand für deine Balance oder nimm den Fuß runter und mach das mit den Armen weiter. Und dann löst du noch einmal. Und stellst dich auf den anderen Fuß. Aha, es wird dir zu langweilig. Genau. Standfuß ein bisschen lockern. Zweites Lid fängt an. Bauchnabel ist innen. Hände vor die Brust. Atme weiter. Stell dir vor, du verwurzelst dich im Boden. Und du bist ein Baum und deine Baumkrone wächst in Richtung Himmel. Und du atmest hier noch einmal ein. Die Arme gehen hoch. Hoch. Und aus. In der Atempause die Hände vor die Brust. Und aus. Lass die Arme oben. Setz nur beim Ausatmen gerne die Schultern noch ein bisschen mehr ab. Lass die Hände aneinander, so gut wie es geht. Tief ein. Mach dich noch länger. Und aus. Die Hände hinter den Kopf, ohne den Kopf nach vorne zu nehmen. Bleib hier ein bisschen. Halte ein bisschen. Ich hatte mal eine Schulteroperation und meine linke Schulter ist immer noch ein bisschen eingeschränkt seitdem. Tief ein. Hoch. Und aus. Die Hände vor die Brust. Schau, was das mit dir macht. Tief ein. Und aus. Lass die Hände hinter den Kopf. Ein hoch. Und aus. Die Hände vor die Brust. Noch einmal tief ein. Und aus. Aus. Ein letzter Durchgang. Und dann langsam wieder lösen. Sehr schön. Und du kannst einmal deine Zehen hier umknicken, dass du die Dehnung vorne am Spann spürst. Und wieder lösen. Einmal die andere Seite. Knack, knack. Und wieder lösen. Okay. Eine Übung machen wir hier noch im Stehen. Bauchnabel ist innen. Du atmest tief ein. Ziehst die Arme hoch. Und aus. Zur Seite. Neigen. Tief ein. Aus. Zur Seite. Und der Sinn ist, Platz zu schaffen zwischen deinen Rippen. Du ziehst dich lang und dann schaffst du hier an der Seite Platz. Das verbessert deine Atmung. . Sz. 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 Und einmal wieder lösen. Sehr schön. Atme noch einmal tief ein, die Arme hoch, ausdreh einmal die Hände zur Decke, ein, komm auf die Zehenspitzen, schau hoch zur Decke, atme weiter. Mach dich richtig schön lang, atme tief ein und aus, lehn dich nach vorne, fass die Hände hinter dem Rücken und zieh die Arme zur Decke hoch, atme weiter, die Beine dürfen ruhig noch ein bisschen gebeugt sein. Mit dem nächsten Ausatmen löst die Arme, beug die Beine, roll dich langsam auf. Tief ein, noch einmal hoch, aus, Hände zur Decke, Schultern tief, ein auf die Zehenspitzen, schau nach oben zur Decke, atme weiter. Versuch dein Gewicht zwischen die zweite und dritte Zehe zu bringen. Tief ein und aus, nach vorne, die Hände hinter dem Rücken fassen und hochziehen. Und die Arme wieder lösen, die Beine beugen, roll dich noch einmal langsam auf. Und stehe noch einmal tief ein, die Arme hoch, aus, die Hände zur Decke, ein, auf die Zehenspitzen. Bleib hier, atme, such dein Gleichgewicht. Tief ein, aus, lösen, die Arme nach vorne, die Hände hinter dem Rücken noch einmal fassen, hochziehen. Und du kannst hier ein bisschen spielen mit den Armen und mit den Schultern. Da musst du gar nicht gucken, was ich mache, fühl einfach, wie sich das anfühlt. Und dann wieder die Beine beugen, die Arme lösen, langsam aufrollen. Sehr schön. Du kannst jetzt noch einmal die Lautstärke deiner Musik ein bisschen anpassen, wenn es noch nicht ganz so ist, wie du möchtest. Genau. Und dann beginnen wir am vorderen Ende der Matte mit ein paar Sonnengrußvariationen. Zwischendurch schaust du immer wieder, ob deine Zehen so gespreizt wie möglich stehen. Bauchnabel ist innen, Brustbein ist angehoben und deine Wirbelsäule ist richtig schön lang gestreckt. Atme tief ein in den Berg. Aus, die Hände zum Boden. Ein in den geraden Rücken. Aus, zum Boden. Noch einmal tief ein in den geraden Rücken. Und aus, zum Boden. Mach das noch ein paar Mal. In deinem Atemrhythmus. Und ich schwanke dabei ganz gerne mal so ein bisschen. Und verlagere dabei auch das Gewicht von den Füßen. Und es ist nicht so wichtig, die Hände am Boden zu lassen. Du kannst auch die Hände ein bisschen mit abheben. Spür mal. Bleib noch einmal hängen. Atme ein, richte dich mit geradem Rücken auf in den Berg. Aus, die Hände vor die Brust. Tief ein in den Berg. Aus, zum Boden. Aus, die Hände zum Boden. Ein, gerader Rücken. Aus, geh zurück in die Planke. Und bleib hier in der Planke. Finger sind gespreizt. Dein Mittelfinger zeigt nach vorne. Und du hältst erst mal nur. Deine Füße bleiben so aufgestellt. Und du kommst einmal von hier aus nach hinten mit gebeugten Beinen. Und wieder nach vorne. Nochmal nach hinten. Nimm ruhig die Füße einen ganz kleinen Tucken näher ran. Dass du hier hinten richtig schön in einer aktivierten Kindespose bist. Bleib hier. Atme noch einmal ein, nach vorne, hohe Planke. Aus, nach hinten. Aktiviertes Kind. Tief ein, nach vorne, Planke. Und aus, nach hinten. Einmal noch nach vorne. Und aus, zum Boden. Atme tief ein in so etwas Ähnliches wie die Cobra. Also noch nicht ganz hoch. Und aus, ablegen. Tief ein. Und aus, ablegen. Und aus, ablegen. Atme ein, nimm die Arme mit zur Seite. Und aus. Ein. Und aus. Noch einmal tief ein. Bleib hier oben, setz die Hände wieder unter die Schultern, neben die Rippen. Und dann komm nochmal beim Ausatmen. Nach hinten, ins Kind. Diesmal ins richtige Kind. Füße sind ausgestreckt. Die Stirn in Richtung Boden. Stell die Füße hier hinten wieder unter. Aktivierte Kindespose. Das heißt, Knie weg vom Boden. Und von hier aus drück dich einmal in den Hund. Knack, knack. Dein Steißbein zeigt hoch zur Decke. Deine Fersen wollen runter. Und wenn dir nach Spielen ist, nach Bewegen, dann spiel. Hör darauf, was dein Körper dir sagt, was du tun sollst. Und dann kommst du auf die Zehenspitzen, Bauchnobel rein. Mach mal den Rücken rund, 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 rund. Und komm hier in die hohe Planke. Und noch einmal rund, Bauchnobel rein. Rund, rund, rund auf die Zehenspitzen. In den Hund. Und Fersen wieder runter. Atme ein, auf die Fersenspitzen, rechtes Bein, weit nach vorne. Lösen die Arme. Tief ein, Krieger 1. Und aus, tief. Noch einmal tief ein, Krieger 1. Und aus, tief. Lass die linke Hand am Boden. Atme ein, dreh dich nach rechts. Und aus, zurück. Noch einmal einatmen, aufdrehen. Und aus, zurück. Einmal noch tief ein. Und aus. Die Hände bleiben beide am Boden. Du atmest ein, schaust nach vorne. Und aus, Kopf in Richtung Knie. Einatmen, nach vorne schauen. Aus, vorderes Bein strecken. Kopf in Richtung Knie. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Mit dem Ausatmen, schließt die Füße ganz. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, sinken. Tief ein, komm hoch in den Berg. Aus, die Hände vor die Brust. Ein in den Berg. Aus, die Hände zum Boden. Ausatmen, ein, gerader Rücken. Aus, komm in die Planke. Bleib in der Planke. Bauchnabel ist innen. Beim Ausatmen in das aktive Kind. Beim Einatmen noch einmal in die Planke. Ausatmen, aktives Kind. Und wieder Planke. Mach das noch ein paar Mal im Wechsel. Einmal noch. Und dann über Chaturanga zum Boden. Die Füße lösen. Atme ein, Cobra. So hoch wie du magst. Aus, tief. Lass die Hüfte noch am Boden. Und dann löse noch einmal die Arme. Streck sie zur Seite aus und komm hoch. Und aus. Noch einmal hoch. Bleib einmal da oben. Oberkörper so hoch wie es geht, gerne höher als bei mir. Und dann kannst du noch einmal beide Beine abheben. In Richtung Brustbein. Nach vorne ziehen alles. Und die Füße ziehen nach hinten. Hinten. Und wieder lösen. Hände neben die Rippen. Ausatmen. Position des Kindes. Wirklich schön ablegen. Und hier nochmal ein bisschen schwingen. Links, rechts. Einmal die Füße hinten unterstellen. Die Zehen. Und von hier aus ins aktivierte Kind. Bauchnabel rein. Und von hier aus in den Hund. Schieb die Fersen in Richtung Boden. Hinten. Und du kannst hier nochmal im Wechsel immer ein Bein beugen. Ein Bein strecken, wenn du magst. Hinten. Lass die Fersen unten. Atme ein. Komm hoch auf die Zehenspitzen. Runde den Rücken nach vorne in die hohe Planke. Und von hier aus wieder Bauchnabel. Rein, 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 rein. Runde den Rücken bis in den Hund. Noch einmal. Einmal noch. Letztes Mal in den Hund. Komm, schaffst du. Atme ein. Auf die Zehenspitzen. Linkes Bein weit nach vorne. Arme lösen. Atme ein. Krieger 1. Aus zum Boden. Das ist kein wirklicher Krieger 1. Das ist eher ein hoher Lunge. Ein großer Ausfallschritt. Weil wir hinten die Fußspitze aufgestellt haben. Einmal noch. Tief ein. Und aus. Die rechte Hand absetzen. Zum Boden. Ein. Linken Arm hoch. Aus. Wieder zur Mitte. Ein. Hochdrehen. Versuch deinen Rücken so weit zu drehen, wie es für dich geht. Bleib hier. Atme aus. Streck das vordere Bein. Kopf zum Knie. Rechte Ferse geht hinten so weit runter, wie du magst, kannst. Einatmen vor. Ausatmen. Wieder zurück. Einatmen vor. Das Bein beugen. Ausatmen. Strecken. Ausatmen. Noch einmal. Einatmen vor. Ausatmen. Schließ die Füße ganz. Einatmen. Gerade Rücken. Ausatmen. Tief. Einatmen. Komm hoch in den Berg. Aus. Die Hände vor die Brust. Tief ein in den Berg. Aus. Hände zum Boden. Bleib hier. Sehr schön. Dein Gewicht ist jetzt auf dem linken Fuß. Du hebst dein rechtes Bein hoch zur Decke. So hoch, wie es geht. Und deine Hände wandern nach vorne, bis sie unter den Schultern sind. Und bis nur noch die Fingerspitzen aufgestützt sind. Du machst deinen Rücken so gerade, wie du kannst. Genau. Und dann kannst du hier das Standbein ein bisschen beugen, ein bisschen strecken. Ein bisschen beugen. Strecken. Wenn du magst. Kannst auch alles einfach nur halten. Lass das Bein beim nächsten Mal gestreckt. Sehr gut. Heb das Bein noch ein bisschen höher, das rechte. Kleine Bewegungen nach oben. Atme weiter. Schultern sind weg von den Ohren. Bleib hier. Ich hatte gerade einen Anruf leider hier. Etwas schlecht. Einmal nochmal das Bein absetzen. Das passiert, wenn man das Handy nicht ausschaltet. Noch einmal tief ein. Rücken gerade. Und aus nochmal hängen lassen. Ein Rücken gerade. Heb einmal das linke Bein ab vom Boden. So hoch, wie du kannst, wie du magst. Mach nochmal kleine Bewegungen hier. Genau. Kleine Bewegungen. Ein Rücken. Ein Rücken. Ein Rücken. Ein Rücken. Letztes Mal komm. Und noch einmal absetzen. Lass den Rücken hängen. Beug die Beine. Leg den Oberkörper ab. Und dann rollst du dich noch einmal auf. Tief ein. Aus. Hände zum Boden. Ein gerader Rücken. Hände ein bisschen nach vorne setzen. Und noch einmal das rechte Bein nach hinten ausstrecken. Deine linke Hand bleibt am Boden. Deine rechte Hand löst sich vom Boden. Und deine rechte Hüfte dreht sich auf. So weit, wie es geht. Für den Halbmond. Genau. Wenn du da unten nicht ankommst, kannst du dir einen Yoga-Block oder irgendwas anderes nehmen. So wie ich jetzt hier die Matte. Dieses Balance-Pad. Und dich darauf abstützen. Hüfte ist aufgedreht. Kannst du so halten. Oder noch den Arm mit zur Decke ausstrecken. Genau. Bleib da. Atme. Hm. Der Arm zieht dich hoch. Dein Fuß verankert dich im Boden. Dein Bauchnabel ist innen. Deine Brust will raus. Weg vom Bauchnabel. Und dann atmest du aus. Nimmst die Hand wieder zum Boden. Drehst die Hüfte ein bisschen ein. Und setzt einmal das rechte Bein weit nach hinten. Und setzt hier den Fuß aber so auf, dass er direkt nach vorne zeigt. Und dann kommst du einmal hier hoch. In diese Dreiecksposition. Dein linker Fuß zeigt nach vorne. Dein rechter Fuß nach da. Genau. Du machst dich richtig schön groß. Hm. Beim Ausatmen schieb dich nach vorne. Mit jedem Ausatmen ein bisschen weiter. Stütz die Hand ab. Atme ein. Öffne dich weit. Schieb deine Außenkante hier vom hinteren Fuß in den Boden. Wenn du die richtig in den Boden schiebst, dann spürst du, wie hier die Hüfte ein bisschen nach vorne kommt. Bauchnabel rein. Atme ein. Richte dich auf. Und aus. Beug das vordere Bein. In den Krieger 3. Schau über die Hand hinweg. In die Ferne. Mach dich ganz, ganz breit. Bauchnabel ist innen. Atme ein. Krieger 3. Und aus. Krieger 2. Atme ein. Krieger 3. Und aus. Krieger 2. Bleib hier im Krieger 3. Beide Beine sind aktiv. Das vordere ist gebeugt, aber aktiv. Das hintere ist gestreckt, aktiv. Bauchnabel ist innen. 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 Yoga ist so ein bisschen wie das wahre Leben. Die Übungen. Sieht immer so leicht aus. Ist es aber nicht. Es ist anstrengend. Ja, man muss sich anstrengen. Man muss flexibel sein. Man muss Kraft haben. Und trotzdem ruhig bleiben. Löst die Arme. Sehr schön. Schultern tief. Und dann schiebst du dich hier nochmal nach vorne. Weiter, weiter, weiter. Und du kannst hier den Ellbogen ablegen auf dem Bein. Popo noch anspannen. Also ich habe das linke Bein vorne. Wenn du das rechte vorne hast, denkst du immer genau andersrum. Aber wenn du das linke vorne hast, linke Pobacke anspannen, damit die Hüfte hier nach vorne kommt. Rechte Fußaußenkante runter. Rechten Arm jetzt einmal hoch. Genau. Und beim Ausatmen nimmst du hier noch den Arm rüber. Und hältst. Das ist die nettere Variante, die für die meisten völlig ausreichend ist. Wenn du möchtest, könntest du jetzt hier die Hand noch auf den Boden setzen. Aber nicht hier vorne und so kollabieren, sondern du hältst die Spannung, du setzt die Hand ab und du bleibst offen hier. Und das kann durchaus zu viel sein. Deswegen überleg dir gut, ob du das hier unten machen möchtest oder ob du dich lieber oben abstützen möchtest. Und der bei mir rechte Fuß bleibt aktiv. Der drückt mit der Außenkante in den Boden. Die Innenkante zieht hoch. Und ich stelle mir vor, das zieht hier innen hoch bis zum Beckenboden, bis zum Bauch. Bauchnabel rein. Und dann kommen wir langsam wieder hoch. Und aus. Füße nach vorne drehen. Hände hinter dem Rücken fassen. Und dann atme tief ein. Lehn dich nach hinten. Und aus. Lösen. Nur das Kinn zur Brust. Einatmen nach hinten. Gerne so weit nach hinten lehnen, wie du magst. Und noch einmal nach vorne. Einmal noch. Und dann kommst du ganz nach vorne. Ziehst du die Arme hoch zur Decke. Die Arme lösen. Die Hände gehen zu den Knöcheln. Du kannst hier auch ein bisschen hin und her schwanken, wenn du möchtest. Vorne, hinten. Einfach mal das Gewicht unterschiedlich auf deinen Füßen verteilen. Und beim Ausatmen beugst du die Beine. Schau es dann mal kurz nach vorne. Genau. Beine so weit beugen, wie du kannst. Ausatmen, wieder strecken. Einatmen, nochmal beugen. Schau nach vorne. Rücken gerade. Ausatmen, strecken. Einmal noch. Genau. Heb mal die Arme ein bisschen ab. Und dann wieder strecken. Was hier wichtig ist, wenn du die Beine beugst und hier oben bist, gucke mal und achte mal darauf, dass hier die Knie immer noch nach außen gehen. Die sind jetzt nicht hier innen. Die sind außen. Die Fußaußenkanten arbeiten. Genau. Nochmal lösen. Und du kannst hier noch einmal hängen bleiben. Du kannst auch nochmal mit deinen Händen durch die Beine durchfassen. Nach hinten. Füße. Vielleicht nochmal weiter auseinander stellen. Oder enger. So wie du es magst. Einfach nochmal ein bisschen bleiben. Und dann stellst du noch einmal die Hände vorne auf in der Mitte. Bauchnabel ist schön innen. Rücken ist ganz gerade. Die linke Hand ist am Boden. Du atmest ein, drehst dich auf. Auf und aus zum Boden. Noch einmal. Dreh dich noch einmal auf, auf, auf. Und zum Boden. Andere Seite. Aufdrehen. Und du wirst auch merken, du hast eine Seite, die sich besser dreht. Und eine, wo es schwerer geht. Das haben wir alle mehr oder weniger doll. Ein letztes Mal. Und wieder lösen. Die Füße nochmal richtig schön fest platzieren. Rücken ganz gerade. Bauchnabel rein. Nimm die Arme zur Seite wie Flügel. Und dann lässt du dich wieder hängen. Und jetzt kommst du nochmal. Immer mit dem Einatmen. Rücken gerade. Flügel öffnen. Und ausatmen. Hängen lassen. Einatmen. Deine Schwingen öffnen sich. Ausatmen. Sinken. Beim nächsten Mal komm ganz hoch. Komm ganz hoch. Und wieder lösen. Hände hinter dem Rücken. Lehn dich noch einmal nach hinten. So weit wie du kannst, wie du magst. Atme weiter. Bleib hier. Bleib hier. Du machst nichts, was sich für dich nicht gut anfühlt. Wieder lösen. Kopf. Kinn zur Brust. Einatmen. Noch einmal nach hinten. Ausatmen. Kinn zur Brust. Richte den Kopf nochmal auf. Streck die Arme nochmal weit aus. Und dreh deinen Fuß nach außen. Bei mir ist es der rechte Fuß. Der ist jetzt weit nach außen gedreht. Ich öffne die Beine noch ein bisschen weiter. Ich lasse die linke Fußaußenkante richtig fest am Boden. Der Fuß steht so, dass er nach vorne zeigt. Das sind 90 Grad Winkel. Die Arme auseinander. Bauchnabel rein. Und erstmal hier aus dem Dreieck heraus. Ausatmen. Nach vorne schieben. Beide Beine sind aktiv. Das hintere inklusive Po. Und das vordere. Ja, Oberschenkel aktiv. Po aktiv. Und denk immer dran, was leicht aussieht, ist nicht immer leicht. Und ist auch nicht immer von Anfang an leicht gewesen. Und es gibt immer Dinge, die uns von Anfang an leicht fallen. Und Dinge, an die wir uns erstmal gewöhnen müssen. Und die wir trainieren müssen, bis sie dann irgendwann leicht aussehen. Bleib da. Setz die Hand ab. Auf einer Höhe, die für dich gut ist. Bauchnabel innen. Wo du den Bauchnabel innen lassen kannst. Wo du die Hüfte hier stabil lassen kannst. Nicht so nach hinten weg. Sondern stabil. Das kann auch hier oben sein. Das ist völlig in Ordnung. Bauch rein. Atme ein. Bleib hier. Beide Füße drücken in den Boden. Atme ein. Komm hoch. Aus. Krieger 3. Das vordere Bein beugen. Und du schaust über diese Hand hinweg in die Ferne. Stell dir vor, dein Steißbein hinten. Das zieht in Richtung Boden. Und dein Schambein hier. Das zieht hoch in Richtung Bauchnabel. Achte drauf, dass dein Knie nicht nach innen sinkt, sondern außen bleibt. Atme ein. Krieger 3. Aus. Krieger 2. Ein. Krieger 3. Aus. Krieger 2. Aus. Bleib im Krieger 3. Deine Hand zeigt hoch zur Decke. Deine Schulter will trotzdem runter. Dein linkes Bein, das Hintriss immer noch aktiv. Oberschenkel aktiv. Popo aktiv. Bauchnabel innen. Mh. Und hier noch einmal in Krieger 3. Du schiebst dich hier nach vorne und stützt dich auf dem Bein ab. Das war die leichtere Variante. Auf dem Bein abstützen. Bauchnabel ist innen. Einatmen, Arm hoch. Ausatmen. Langer Arm übers Ohr. Oder wenn du hier flexibel bist, gehst du tiefer. Setz erstmal die Hand auf den Boden ab. Entweder so wie ich auf Fingerspitzen oder auf einen Block. Oder du bleibst weiter oben. Oder du kannst natürlich auch, wenn du sehr, sehr flexibel bist, die Handfläche absetzen. Aber bleib hier oben offen. Dass du nicht nach vorne sinkst. Bauchnabel rein. Komm hoch. Ausatmen. Arme lösen. Füße noch einmal nach vorne drehen. Die Hände hinter dem Rücken. Atme ein. Lehn dich nach hinten. Ausatmen. Gerade Rücken nach vorne. Die Hände hinter dem Rücken richtig hochziehen in Richtung Decke. Und da kannst du noch einmal deinen Brustkorb ein bisschen drehen, wenn dir danach ist. Spiel ein bisschen. Und wieder lösen. Du kannst jetzt noch einmal dasselbe machen wie vorhin in dieser Position. Also Beine gestreckt lassen, dich hängen lassen, an den Knöcheln fassen oder hier ein bisschen spielen. Oder du nimmst die Beine so weit auseinander, dass du deinen Kopf gut ablegen kannst. Setzt, setzt die Hände auf den Boden, verlagerst das Gewicht ein bisschen auf den Kopf und wieder auf die Füße. Erstmal so ein bisschen hin und her. Du brauchst sehr viel Bauchspannung, wenn du mit mir in den Kopfstand kommen möchtest. Mach das nur, wenn du dir sehr, sehr sicher bist. Wenn du das schon irgendwie gelernt hast. Dann kannst du die Füße lösen und langsam mit in den Kopfstand kommen. Atme weiter. Bei mir sieht man im Kopfstand immer sehr schön, wie unterschiedlich lang meine Füße sind. Und kaum jemand von uns ist genau symmetrisch. Wir haben alle unsere Imperfektionen, die uns besonders machen, die uns aber manchmal auch Probleme machen. Und die es gilt zu akzeptieren und anzunehmen und zu lieben. Und dann kannst du noch einmal deine Beine öffnen und sie langsam wieder absetzen. Genau. Und dann hier langsam wieder die Beine etwas beugen. Irgendwie ist meine Playlist gerade ausgegangen. Richte dich einmal auf. Ich muss sie einmal wieder. Ah, da ist sie wieder. Sehr schön. Schließ deine Füße ganz. Du kannst noch einmal hier die Füße einmal umknicken. Andere Seite. Sehr schön. Wenn dir nach etwas zu trinken ist, weil dein Hals trocken wird, trink was. Aber nicht zu viel. Sehr schön. Da wir hier gerade so schön stehen. Du kannst so stehen bleiben. Ich stelle mich einmal andersrum hin, damit du ein bisschen besser sehen kannst, was ich meine. Ich stehe auf meinem rechten Bein. Ich löse mein linkes Bein und setze jetzt einmal hier den Fuß. Ich zeige es auch noch einmal kurz so. Auf dem Oberschenkel ab und setze mich dann nach hinten ab. So tief, wie es geht. Ich glaube, so rum ist besser. Also, Fuß auf den Oberschenkel. So, ich setze mich nach hinten ab. Das Gewicht ist ein bisschen mehr auf meinen Fersen, auf meiner rechten Ferse. Ich drücke ein bisschen mit der linken Hand hier das Knie runter. Und ich achte darauf jetzt, dass mein Steißbein nach hinten zieht und mein Brustbein nach vorne und mein Bauchnabel innen ist. Genau. Atme. Halte das. So abgestützt, das ist noch relativ einfach. Und dann wieder aufrichten. Ja? Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Mein Standbein ist jetzt das linke, was mein besseres Standbein ist. Und das rechte Bein überschlägt. Genau. Oh, was die schlechtere Hüfte bei mir ist. Atme. Lass den Rücken gerade. So, Brust weg vom Bauchnabel. Steißbein hinten hochziehen. Bauchnabel bleibt immer noch innen. Schultern weg von den Ohren. Da haben wir jetzt gleichzeitig Balance, Kraft, Dehnung. Bauch, Rücken, Fokus. Alles, was wir auch im wahren Leben brauchen. Und wieder lösen. Bei mir geht die eine Seite super gut. Die andere so lala. Spür, was bei dir besser geht. Und dann machen wir das noch einmal. Also, rechtes Standbein, linkes Bein ist überschlagen. Setz dich ab. Du kannst hier so bleiben oder die Arme noch zur Seite ausstrecken. Handflächen zeigen nach vorne. Bauch rein. Setz dich mit dem Po so tief ab, wie es geht. Und das ist Level 2, Level 1 war abstützen und erstmal daran arbeiten, den Rücken zu strecken. Level 2 ist Arme zur Seite ausstrecken. Richte dich nochmal auf und lösen. Andere Seite. Setz dich ab. Fußspitze hier anziehen bei dem überschlagenen Bein. Beim zweiten Mal geht es meistens schon besser. Bauchnabel rein. Vielleicht wieder Level 2 mit Armen auseinander. Aber erstmal Rücken gerade. Steißbein nach hinten. Zwar in Richtung unten, aber auch in Richtung hinten. Brustbein raus. Atme ein, komm hoch und auslösen. Schließ einmal die Augen. Spür ein bisschen nach. Und du spürst, ob du ein Level zu weit gegangen bist oder nicht. Du spürst das. Also mach das nächste Mal Level 1, wenn Level 1 reicht. Okay? Weil ich zeige dir gleich auch noch Level 3, falls du noch mehr möchtest. Also. Du stellst dich auf. Setzt dich wieder ab nach hinten. Fußspitze ist angezogen. Such dir erstmal einen bequemen Stand. Rücken gerade. Wenn du keinen bequemen Stand findest, ist das hier dein Level. Das reicht völlig. Level 2. Wenn du bequem stehst. Level 3. Wir machen uns rund über das Bein. einatmen hoch. Ich nenne das, das Adlerküken lernt fliegen. Es sieht meistens bei den ersten Malen nicht wirklich elegant aus. Und meistens fehlt dem Adlerküken Kraft. Aber es übt. Manchmal stürzt es ab. Du kannst auch mal die Hände unten lassen am Boden, wenn dir danach ist. Und den Kopf hängen lassen. Oh mein Gott, da ist die Dienung so schön. Bauch rein, bevor du dich aufrichtest. Wirklich Bauchnabel rein. Alles anspannen. Beckenboden zumachen. Und dann erst wieder aufrichten. Und dann erst wieder hoch. Oh. Sehr schön. Ein bisschen ausschütteln. Sei nett zu dir selbst. Ja. Sei nett zu dir selbst. Das ist schon ganz schön heftig. Einmal das andere Bein. Okay. Erstmal überschlagen. Überschlagen. Hier muss ich auch mal erst mal den bequemen Stand finden. Den Winkel finden. Indem ich mich hier richtig reinsetzen kann. Und wo es sich dann trotz der Dehnung irgendwie gemütlich anfühlt. Rücken ist gerade. Ich habe eben versucht, die Arme auszustrecken in Level 2. Und habe dann gemerkt, einen kleinen Krampf hier innen. Deswegen habe ich erst mal wieder abgebrochen. Und auch hier, wenn du möchtest, sinken lassen. Und wieder hoch. Sinken lassen. Nicht meine Lieblingsseite. Oh mein Gott. Und wieder hoch. Mir ist hier auf der Seite danach, mich hier hängen zu lassen. Deswegen mache ich das jetzt. Du kannst noch ein paar Mal das Adlerküken fliegen lassen. Ich lasse mich jetzt hier hängen und genieße die Dehnung außen in der Hüfte. Bevor wir uns aufrichten, Bauchnabel wirklich rein, 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 Beckenboden fest. Langsam wieder aufrichten. Und wieder lösen. Oh mein Gott. Ah, schön. Du stellst dich noch einmal ans vordere Ende der Matte. Hände vor die Brust. Atme tief ein. Und aus zum Boden. Dein unterer Rücken hat viel gearbeitet eben. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, hängen lassen. Wir machen gleich die Gegenübungen dazu. Tief ein, gerader Rücken. Und aus, hängen lassen. Tief ein, gerader Rücken. Und aus in die Planke. Sehr schön. Du bist hier in der Planke und ziehst im Wechsel dein Knie nach vorne. Ziehen, 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 ziehen. Dein Bauchnabel ist innen. Ein bisschen noch. Sehr schön. Bleib in der Planke. Und dann setzt du dich einmal so auf den Po, dass du zum Bildschirm schaust. Genau. Okay. Dein Bauchnabel ist gleich wieder innen. Erstmal kannst du dich kurz hier richtig gemütlich absetzen. Also, ich habe jetzt gerade hier meinen linken Arm abgestützt. Wenn du dich jetzt so hinsetzt, dass du spiegelbildlich zu mir sitzt, dann kann ich dich richtig anleiten. Dann kann ich sagen, okay, das ist dein rechter Arm, ja. Dein linkes Bein ist das. Dein rechtes Bein ist das. Okay. Stütz einmal dein linkes Bein auf den Boden. Und nimm noch einmal dein rechtes Bein, so wie eben, im Stehen, nur dass wir jetzt hier so hocken, noch einmal hier auf den Oberschenkel. In der Position geht das, ne? Okay. Okay. Das kannst du hier nochmal so halten. Oder du nimmst nochmal den Fuß näher ran. Schiebst die Schulter weg vom Ohr. Und schiebst die Hand richtig in den Boden. Dann wird es nochmal mehr Dehnung. Kannst du so lassen. Oder Bauchnabel rein. Kaktusarm hier. Und du kommst nochmal hoch. Dann geht die Dehnung hier weg. Also an der Seite. Die Dehnung geht weg, aber es wird anstrengend. Hier an der Seite und natürlich im Arm. Tief. Und ausatmen hoch. Einatmen tief. Und ausatmen hoch. Einatmen tief. Und ausatmen hoch. Und bleib hier sitzen. Genau. Lass das Bein da. Lass das Bein da. Und setz dich einmal so rum, dass du dich hinten abstützen kannst mit den Händen. Und mach nochmal den Brustkorb auf. Schieb ihn nach vorne. Ich schwanke hier ganz gerne so ein bisschen hin und her. Im Moment zeigen die Finger nach hinten. Genau nach hinten. Und dann kannst du die Finger auch nochmal so rumsetzen, dass sie nach vorne zeigen. Das ist für mich sehr, sehr schwer. Ich gehe hier einmal in die Beugung der Arme. Und dann machst du deinen Brustkorb wieder auf in die Streckung der Arme. Wenn das für dich leicht ist, freu dich. Ich merke da noch heute, viele Jahre nach meiner Schulter-OP, die war 2013, immer noch Spannungen im linken Arm. Immer noch fasziale Verklebungen. Und hier kann man auch zwischendurch wieder in die Rundung gehen. Ellbogen nach hinten schieben, Rücken rund, rund, rund. Ich spüre deine Dehnung da hinten an den Schulterblättern. Versuch die mal zu spüren. Versuch deinen Rücken rund zu machen, dass du im Rücken da irgendwo was spürst. Dann geht die Dehnung hier in der Hüfte weg. Und dann schiebst du wieder die Hände in Richtung Boden, Brust in Richtung Himmel, Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule. Und nochmal rund. Genau. Und wieder lösen. Oh mein Gott. Sehr schön. Wir drehen uns einmal um. Und du überschlägst noch einmal. Du bist mein Spiegelbild, dein linkes Bein. Das Bein ist erstmal hier am Boden. Wir sind hier im Seitstütz. Die Fußspitze ist angezogen. Der Fuß ist aufgestellt. Hier kann man so sitzen bleiben. Und erstmal dran arbeiten. Aus dieser Position hier rausgehen. In die Hand drückt den Boden weg. Die Schulter will weg vom Ohr. Dann passiert hier etwas. Dann passiert hier etwas. Der Arm hat mehr zu tun. Das kannst du so lassen. Oder noch einmal. Kaktusarm. Tief ein. Und aus. Hoch. Tief ein. Und aus. Hoch. Ein. Und aus. Und wieder lösen. Setz dich wieder auf den Po. Lass das Bein überschlagen. Hände zeigen. Hände zeigen. Erstmal nach hinten. Genau. Ein bisschen schwanken hier. Und du klappst dich so eng zusammen, wie es für dich gut geht, dass dein Rücken schön gerade bleiben kann. Und dann legst du nochmal die Hände andersrum hin. Mit den Fingerspitzen nach vorne. Genau. Erstmal über den runden Rücken. Und dann in den geraden Rücken. Schultern weg von den Ohren. Brustbein raus. Bauchnabel rein. Wenn dir auch danach ist, irgendwelche komischen Bewegungen noch zu machen, mach die. Wenn dir danach ist, dich rund zu machen, so wie ich, dann mach dich rund. Und dann langsam wieder lösen. Sehr schön. Du hältst dich hier einmal an deinen Schienbeinen fest. Lass die Schultern schön unten, atmest ein, Brust raus, mach dich gerade und aus in den runden Rücken. Ein, gerade und aus in den runden Rücken. Drei Mal, okay. V bench się. Drei. Z Dann bleibst du noch mal aufrecht sitzen, legst die Fußspitzen aneinander und kannst einmal deine Knie nach außen sinken lassen. Und ich lasse hier gerne die Daumen oben auf den Füßen und mit den Fingern umfasse ich den Knöchel und dann lasse ich die Schultern hier entspannt und lasse quasi dieses gebunden sein, hier die Schultern runter sinken. Du kannst noch mal den Kopf von einer Seite zur anderen neigen. Und dann fasst du einmal mit Zeigefinger und Mittelfinger hier die großen Zehen und kommst auf dein Steißbein, lässt die Arme gestreckt, lässt den Rücken schön gerade, Bauchnabel rein, suchst einmal deinen Schwerpunkt. Und wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, streck dein rechtes Bein aus und löse es wieder, beug es wieder. Und dann streckst du dein linkes Bein aus und beugst wieder. Noch einmal dein rechtes Bein, genau, und beugen. Komm einmal zwischendurch hier in den Schneidersitz, egal welches Bein als erstes vorne ist, lehn dich nach vorne und schwing ein bisschen rechts, links. Du kannst auch nur halten. Ich mag dieses Schwingen. Und dann richtest du dich noch einmal auf, nimmst einmal das andere Bein nach vorne und lehnst dich noch einmal nach vorne. Entweder nur halten oder nochmal ein bisschen schwingen und spür, wie anders sich das anfühlt, nur weil du das andere Bein vorne hast. Richte dich wieder auf. Du nimmst noch einmal, ich drehe mich nur einmal um, du nimmst noch einmal hier die Füße zusammen mit Zeigefinger und Mittelfinger den großen Zeh. Und hier können wir nochmal so ein bisschen von links nach rechts schaukeln. Wenn du da schon ganz, ganz tief mit den Beinen am Boden bist, kannst du hier oben noch schaukeln. Sehr schön. Komm noch einmal hier auf dein Steißbein. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne. Genau. Und dann kannst du noch einmal dein rechtes Bein strecken, beugen, dein linkes Bein strecken. Und vielleicht nochmal beide Beine strecken. Brust raus, atme. Und du kannst auch nochmal versuchen, hier die Beine ein bisschen zu schließen. Kuckuck. Und dann wieder ein bisschen öffnen. Und nochmal schließen. Du brauchst so viel Bauch und Beckenboden. Nochmal öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Sehr schön. Löse hier einmal die Hände. Genau. Lass die Fersen beieinander. Beug die Beine. Knie auseinander. Schneidersitz. Sehr schön. Einmal die Hände hinten abstützen. Ja. Hallo Mira. Genau. Die Hände hinten abstützen und lehn dich nochmal nach vorne. Hallo meine Süße. Lehn dich nach vorne. Du kannst die Hände nach vorne wandern lassen. Du kannst hier den Bauch hängen lassen. Und mal ganz bewusst hinten die Rückenmuskeln entspannen. Zieh mal den Rücken ein bisschen länger. Zieh den Brust, das Brustbein raus. Hebe den Kopf an. Komm langsam wieder hoch. Sehr gut. Halt hier die Knie fest und mach einmal den Rücken nach hinten rund. So rund wie es geht. Bauch reinziehen. Und wieder gerade. Und nochmal rund. Und wieder gerade. Sehr schön. Bleib nochmal so sitzen. Wechsel noch einmal die Beine. Also anderes Bein nochmal nach vorne. Hände hinten abstützen. Popofleisch ein bisschen nach hinten nehmen. Und lehn dich noch einmal nach vorne. Hmmm. Mmmm. Auch mir ist hier schon wieder so ein bisschen nach. Ein bisschen wellenförmig schwanken. fließen, weil sich das hinten im unteren Rücken so nett anfühlt. Und dann richte dich noch einmal auf, mach hier noch einmal den Rücken rund und noch einmal gerade. Bleib gerade, sehr schön, einmal kurz die Beine lösen, wir sind noch nicht fertig. Jetzt einmal kurz gucken, wie viel Zeit uns noch bleibt, nämlich nicht viel. Du kannst dich noch einmal auf den Rücken legen. Auf den Rücken langsam abrollen. Und dann kannst du einmal das linke Bein eng überschlagen, richtig eng. Die Arme auseinandernehmen, auf Schulterhöhe den rechten Fuß so eng ranziehen, wie es geht. Und dann noch einmal die Knie nach rechts rüber sinken lassen und wieder zur Mitte. Und immer wenn die Knie nach rechts rüber sinken, schaust du nach links. In der Mitte bleiben, einmal das Bein wechseln. rechtes Bein eng überschlagen, Arme auseinander, Knie nach links rüber, Kopf nach rechts. Und dann schaust du nach rechts. Bleib wieder in der Mitte, löst die Beine und dann zieh noch einmal deine Beine richtig nah ran. Dann Kopf zu den Knien, mach dich ganz, ganz rund, ganz, ganz rund. Bewege dich hier so ganz leicht, uah, nicht zu weit. Von einer Rückenstrecker Muskulatur hier neben der Wirbelsäule auf die andere. kleine Massage. Sehr schön. Leg den Rücken noch einmal ab. Zieh einmal beide Beine ran. so ran, so nah ran, wie es geht. Mach das einmal im Wechsel rechts, links. Und dann legst du deine Füße wieder ab. Streckst die Beine lang auf dem Boden aus. Die Arme noch einmal weit nach hinten. Und zieh jetzt noch einmal deine rechte Seite komplett lang. Die Ferse will nach unten weg. Die Hand will nach oben, so weit wie es geht. Nur die rechte Seite, nur die rechte Seite ganz lang ziehen. Schaff Platz in deinem Körper. Und lösen. Und zieh einmal die linke Seite so lang, wie es geht. Ganz, 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 ganz lang. Und wieder lösen. Nimm die Arme über die Seite. Leg die Arme jetzt irgendwo hin, wo sich das für dich gut anfühlt. Du kannst sie ganz weit auseinanderlegen, wenn du zum Beispiel auf einem Teppich liegst. Mir ist das hier am Boden zu kalt, deswegen lasse ich sie etwas näher. Du könntest dir auch noch eine Decke über den Körper legen. Und dann bleibst du einfach noch mal einen Moment liegen. Die Füße sind mindestens so weit auseinander, wie die Matte breit ist. Und du atmest einfach noch ein paar Mal richtig schön bewusst durch die Nase ein. und auch wieder aus. Geilabondes Geilabondes Und wir genießen einfach nur dieses schöne Lied, Hamm. Vielen Dank. 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 Ja, so angenehm durchbewegt. Bewegt. Blick die Hände ein bisschen. Stell die Füße auf. Sehr gut. Und dann dreh dich noch einmal auf deine Seite. Richte dich langsam wieder auf. Schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir unten in die Kommentare gerne irgendwas Nettes rein. Schreib mir auch rein, ob das bei dir mit der Playlist geklappt hat oder ob du es so in Ordnung findest. Letztlich mache ich sowieso das so, wie ich es gerne möchte. Und wenn es dir gefällt, ist es schön. Und wenn dir irgendwas nicht an meinen Kursen gefällt, es gibt ja noch genug andere, ganz, ganz viele andere hier auf YouTube und anderswo im Netz und natürlich in Real Life. Also wenn man das richtig lernen möchte, dann sollte man es natürlich in einer guten Gruppe tun oder mit einem Privattrainer. Das bringt immer am meisten, weil dann immer natürlich die Übungen individuell gestaltet werden können und auch tagesformabhängig gestaltet werden können. Gut. So. Ich bleibe jetzt in diesem Zustand noch eine ganze Weile. Dann machen wir jetzt einen schönen Tee und wünsche dir noch einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Bis bald. Tschüss, tschüss.